Okay, hallo, willkommen zurück bei Let's Play Silver. Wir haben immer noch unsere nette Begleitung bei uns, haben den Schlüssel gefunden. Und, tja, der Bürgermeister ist mit seiner Gruppe gerade in die Richtung abgehauen. Also, einfach mal hinterher. Ich schätze mal, hier gibt es dann doch noch was zu finden. Was ist passiert? Während der letzten Mondfinsternis brach ein verheerender Sturm aus und ein Feuerstrahl ging vom Himmel auf Metallon nieder. Er schlug hier ein und verursachte die Verwüstung in dieser Gegend. Nett. Nachdem das Feuer ausgebrannt war, fanden wir dies. Verbranntes Metall? War das mal eine Rüstung? Ja. Wir dachten, es wäre die eines Ritters gewesen, aber wir konnten keine Spuren von Blut oder verkohlten Überresten finden. Oh, was? Das ist aber kein Grund, mich jetzt anzugreifen. Kein Grund! Kein Grund! Ja! Kämpfen! Kämpft extrem! Also, ihr wisst schon, was ihr tut, ne? Gut, anscheinend nicht. Angriff! Angriff auf alle Viecher! Angriff auf alle Viecher! Ich habe gesagt, Angriff auf alle Viecher. Zack, 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 zack. So, jeder kriegt eine andere Aufgabe. Du, den! Du, den! Und ich greife hier an. Was haltet ihr davon? Gefällt euch das besser? Sehr schön. Ihr wollt jetzt kämpfen? Wieso habe ich hier eigentlich... Wow! Sorry! Ihr macht das alles super! Äh... Du, 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 du... Nicht? Du brauchst nichts? Alles klar. Dann gebe ich dir eben halt eine Karotte. Hm, leckerer Karotte. Du willst doch eine gute Bogenschützin sein. Wieso lasse ich dich nicht mit dem Bogen kämpfen? Aktieren wir das mal. Zack, Bogen, bitteschön. Viel Spaß damit. Äh... Gut, weiter geht's. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Oh Gott. Ist das alles im Vollgebiet hier? Ey, ich lasse dich mal mit Magie hier kämpfen. Was hältst du davon? Geist du... Äh... Äh... Okay, okay. Gut. Ähm... Angriff. Angriff. Sowieso Angriff. Sowieso ganz viele Angriffe. Feuer an! Feuer an! Woaaaan! Zugreiß auch wieder an! Alle gehen ja auf ihn los. Das finde ich nicht witzig. Okay, Angriff. Oh Gott. Verzogen. Du Misty. Du verdammtes Misty. Wo bist du hin? Okay, da bist du. Wow! Und ist hier verschwunden. Muss mein Eis schwer. Zing! Oh Gott. Lasst euch doch nicht verarschen hier. Hier stellt euch mal eine. Hier schön so hin. Dass sie nicht erwischt werden. Feuer! Feuer an! Feuer an! Feuer an! Okay. Einfach weiter feuern. Schön. Wow wow. Zack. Zack. Gut. Ihr kämpft mal gegen die kleinen Monster hier. Das ist gleich keine schlechte Idee. Und ihr lasst euch im besten nicht töten. Zack. Pepp. Zack. Mana für mich. Okay, du Misty. Feuer an! Extremis Battle! Wow. Nicht mehr. Erstmal was essen. Lecker, 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 lecker. Extremis Battle! Extremis Battle! Oh Gott. Oh, ey. Nicht immer wieder verpissen. Ähm. Gut. Ihr steht da alle sehr gut, muss ich nochmal sagen. Ihr seid echt gut. Wow. Gut ausgewichen. Muss ich dir lassen. Ja, ich bin so ein Mop. Au, 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 au. Du hast sie getroffen. Du Mistkerl. Du musst sterben. Ja. Oh Gott. Äh. Äh. Er hat... Oh, geile Explosion. Oh, was? Er ist jetzt tot. Er ist der Schreiber. Erzählt mir von euren Taten und wie ihr es sterben könnt. Ich bin der Schreiber. Ich berichte in meinem Buch der Legende. Okay, ich hab schon... Du hast ein Buch der Legende. Wieso schreibst du eigentlich ein Buch? Und wer bist du überhaupt? Das werden wir wahrscheinlich nie rausfinden. Und man findet es auch echt nie raus. Da sind wir nur so ein verrückter Psychopath, der einfach überkommt. Hallo, ich bin doch Schreiber. Ich bin nur von deinen Taten. Ich wüsste mal gerne, wie der, ähm, David das dann erzählt. So, oh Gott, was denn jetzt? Äh. Lass mich raten, hier sollte ich eigentlich noch gar nicht sein, ja? Super. Ah, wir haben jetzt den Torschlüssel erhalten. Da können wir da hingehen. Wir machen das dank dieser praktischen M-Taste. Gehen wir da jetzt schnell hin. Du, 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 wo ist denn Rain hin? Oh, Rain, Tor nach Rain. Da fahren wir jetzt hin. Und hier befinden wir uns jetzt auch schon in Rain. Nein, komischerweise ist hier auf einmal jemand bei Skype bei mir. Ich weiß auch noch nicht warum. Hallo. Ähm, äh, treibt sich auf einmal wild bei mir, ähm, herum. Aber na gut, ähm, wir machen einfach weiter. Von dem hier lassen wir uns jetzt gar nicht stören. Wir haben ja jetzt den Schlüssel. Und können daher jetzt weitermachen. Oh Gott, ganz viele schlechte Gegner. Gar kein Problem hier. Gehen wir jetzt weiter nach oben. Hallo, ich bin der Gast. Ja, er ist der Gast auf einmal. Ähm, wundert euch nicht. Ich weiß auch nicht, was er von mir will. Aber er macht jetzt einfach mit. Er wird jetzt dazu gezwungen. Okay, los geht's. Und Chainsaw Man, ich glaub, du nimmst mich gar nicht auf. Deswegen labere ich einfach mal mit. Und wir werden sehen, was wir jetzt hier aufschwertschild... Ah, hier erst mal ein Schild wieder ausrüsten. Und wir können jetzt die Tür öffnen und da gehen wir jetzt auch sofort rein. Ihr seht jetzt jetzt wieder nicht. Aber ich hab hier eine Bumpe, Bumpe, bunte Drogenwelt bei mir. Also soll ja kein weiter stören. Außer mich vielleicht. Na, Kofrik, willst du irgendwas sagen? Wie geht's euch? Mein Gott. Hast du Bock, Bildschirm übertragen kannst du machen? Nein. So. Da hättest du ja gar nichts von. Das ist ja ein Vollbild. Das ist ja auch nicht mal so lange hier. Wir suchen nur noch unsere nächsten Schreiber. Und dann sind wir ja auch weg aus dem Spiel. Aber das kann ja noch ein bisschen dauern, denn wir haben ja gerade erst unsere letzten gefunden. Ja, Aufspießer! Zack, 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 zack. Ey, Leute, jetzt macht mal, jetzt helfen wir mit hier, ne? Ihr scheiß Arschlöcher, ihr könnt mal ein bisschen mithelfen. Und wir finden wie lecker Käse überall. Ich feuer dich mal so ein bisschen an. Ja. Oh, Chainsaw, go! Super, dankeschön für diese super Aufmutterung. Äh, wo können wir jetzt lang gehen? Wir könnten hier oben oder hier unten. Wo soll lang gehen, Kofrik? Rechts. Okay, wir gehen rechts lang. Tja, das geht. Ähm, eine komische Lampe hier vorbei. Och Gott, und wer bist du jetzt? Och Gott. Nein, nicht umbringen! Oh, der wird getreten und getötet. Naja. Soll mir recht sein. Oh, jaja, jaja. Ey, Junge, bleib stehen. Das gibt's ja wohl gar nicht hier. Was ist hier überhaupt für ein Scheiß? Sitzen zwei Leute im Stehcafé. Sitzen zwei Leute im Stehcafé? Wieso? Keine Ahnung. Okay. Hält mich grad so ein. Zwei Leute im Stehcafé. Gut. Ähm, ich meine... Oh Gott, hier ist schon wieder so eine dämliche Glocke. Oh, und da kommen verrückte Leute. Nein! Oh. Töten sie alle! Töten sie! Ja, töten! Gute Idee. Ähm, oh, noch mehr! Nimm einfach die Schrotflinte. Ich hab keine Schrotflinte. Genau, die nimmst du. Los, komm! Ich hab keine Schrotflinte. Ich nimm die M7. Ich hab auch keine M7. Ich hab ne Axt. Reicht das? Ne Wurf-Axt? Nein, ne Axt. Ne normale Kampf-Axt. So, schade. Man bin ich langweilig. Ähm... Hab ich mir grad auch gedacht. Ja. Ja, Mitte... Ich hab mir ausbildendem Granatenwerfer. Ich kann aber... Sag schon Feuerbälle verschießen. Wenn du willst. Ja, schieß mal auf dich selber. Geht nicht. Ja, okay, dann auf deine Gegner. Der ist schon zu spät, jetzt ist er sich gleich schon alle tot. Ja, egal. Ja, egal. Ich seh das eh nicht. Ähm, aber schieß. Oh ja, oh ja, oh ja, ja! Hast du für mich so einen Slow-Mo-Effekt einzuwachen? Slow-Mo-Effekt? Nein. Schade. Ich hab schon vor mehreren Leuten gehört, dass sie nicht mehr... Also, besonders in diesem Spiel, nicht mehr so gerne die Slow-Motion-Effekte hören wollen. Von daher... Weil das Spiel schon an sich so langsam ist, ich weiß nicht mehr, was du spielst, aber scheint ja so. Silberschützig. Silber, richtig. Du hast es erfasst. Super kämpfen. Oh Gott, so viele Leute. Zack, zack, ey, wo bin ich? Wieso? Diese Seite Bürgermeister eigentlich den Schlüssel zu einem ganz anderen Teil der Stadt. Konnen die Leute denn hier überhaupt überleben, wenn sie die ganze eingesperrt waren? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Galileo Mystery hat ein neues Thema. Nein, haben sie nicht. Mit Eimann Abdallah. Eimann Abdallah, mhm. Und hier ist der Schreiber und wir befinden uns schon wieder am Ende dieser Episode. Es tut mir ja auch echt leid und so. Koprik, willst du noch irgendwas sagen? Ich verabschiede mich von euch und ich glaube immer noch nicht, dass er aufgenommen hat. Aber abonniert Chainser Man. Der ist echt korrekt. Und ja... Schaut euch den Scheiß an. Alles klar, wir melden uns dann nächstes Mal wieder bei Let's Play Silver. Es war jetzt, was es ich da wie viel zu paar. Und tschüss. Moin.